Ja, einen wunderschönen guten Tag zu Stax Weltraum, beziehungsweise hier oben kann man das Spiel wechseln, Stax Siedler. Ich muss zugeben, ich bin sehr überrascht gewesen, als ich das gesehen habe. Erstens, dass man hier wechseln kann, also sind das irgendwie zwei Spiele in einem. Zweitens, wer es nicht kennt, das Ganze ist inspiriert von, beziehungsweise tatsächlich mit Erlaubnis der Entwickler, wenn ich das richtig gesehen habe, nachgemacht von Staglands. Das solltet ihr euch unbedingt angucken, wenn ihr diese Art von Karten-Sortierspielen mögt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Tägliche Challenge, Mutz verwalten, Credits, Kartopedia. Ich starte einfach mal. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Ich weiß, dass ich Staglands gesuchtet und geliebt habe. Und wir fangen einfach mal an. Was können wir denn spielen? Allein im Weltall. Friedlicher Start, geflüchtete Androide. Drohnen und eine Menge Geld. Kampfstation Rogue, das klingt nach Anstrengung. Friedlicher Start. Wir machen mal einen friedlichen Start, warum nicht? Wobei, ist das dann wirklich ganz... Machen wir mal so. So, die Sollänge, das ist wahrscheinlich, wie in Staglands, die Tageslänge. Tutorial, ja. Wir starten einfach mal, warum nicht? Wenn es daneben geht, können wir neu anfangen. Du bist ein Astronaut, der auf dem Planeten Altair vier Dreiviertel überlebt. Aha. Bau Rohstoffe wie Plastal und Nanocarbon ab. Bau deine Basis mithilfe von Drohnen und Bots aus. Besuche fremde und faszinierende Orte. Entdecke die Geheimnisse des intergalaktischen Reisens. Sehr gerne. Allein im Weltall vergiss nicht, dich mit Energiezellen einzudecken, um deinen Raumanzug, deine Drohnen und Bots aufzuladen. Schaue in deinem Tagebuch nach Quests und Ideen. Drücke bei Bedarf auf Pause und ordne deine Karten neu an. Setze das Spiel fort, um Crafting zu ermöglichen. Also genau wie Stack Lens. Wie gesagt, das ist mit ausdrücklicher Erlaubnis der Entwickler so passiert. Ah, okay. Ich habe das Boosterpack geöffnet. Wer Stack Lens übrigens noch nicht kennt, sollte sich das unbedingt mal angucken. Es macht einfach süchtig. Also wirklich süchtig. Es funktioniert genau wie hier. Man stackt die ganze Zeit irgendwelche Karten aufeinander. Versucht sie miteinander zu kombinieren, um neue Karten zu kriegen. Und Ideen und Quests freizuschalten. Das ist eigentlich ein ziemlich simples Prinzip, aber es macht absolut süchtig. Habe ich das schon erwähnt? So, wir haben eine Energiezelle, primäre Energiequelle, eine Ladung. Und wir haben davon jetzt mehrere, ein ganzes Multipack gebildet. Das hier ist unsere Astronaut, das sind also wir. Credits, eine intergalaktische Währung. Wir haben Stahl, Elektronik und Krustenbrocken. Das klingt sehr eklig. Das klingt wirklich eklig. Okay, kann man den abbauen? Wir probieren mal. Wir setzen den Astronaut dazu. Aha. Baut er das jetzt ab? Ein fleißiger Astronaut. Aha, ausdauer, stärker, Intelligenz. Ach du Schande. Abbauen kann er den aber irgendwie nicht. Ich setze mal kurz den Astronauten auf alles mögliche, in der Hoffnung, dass er eine neue Idee bekommt. So, das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich wie in Stacklands, was man hier einzeln machen soll. Wir können Karten verkaufen und uns dafür ein neues Booster-Pack holen. Wir haben im Moment nur drei Credits. Das reicht also noch nicht für ein neues Pack. Wir hangeln uns mal hier ein bisschen entlang. Eine Hilfsdrohne mit einmal Stahl, einmal Elektronik, einer Energiezelle und einem Astronauten. Ah, und wir sind noch in der Pause, deswegen hat es nicht funktioniert. Ich se- oh, oh, okay. Das waren eine Menge Booster-Packs. Wir haben Forschung und Design freigeschaltet. Ich finde, die Pause ist hier nicht ganz so offensichtlich wie in Stacklands selbst. Hm, wir haben das Starter-Booster-Pack geöffnet. Wir kriegen Elektronik. Ein Erste-Hilfe-Paket, sehr gut. Und ein Attribut-Verstärker, das ist auch ziemlich nice. Hm, okay. So, der arbeitet hier dran. Wenn wir jetzt die Leertaste wieder drücken, dann arbeitet der auch zu Ende. Mal gucken. Oh, wir haben eine Multizelle gebildet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte es eigentlich nur sauber sortieren. Aber gut. So, ich setze das mal ganz kurz alles hier rüber. Erste-Hilfe- und Energiezellen sind ja sowas wie Essen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gehören die hier hinten rüber. So, eine Drohne. Mark 1. Alles klar. Cool. So, das haben wir alles abgearbeitet. Ich hangel mich hier so ein bisschen am Tutorial und an den Tagebuch-Ideen lang, weil das sonst ein bisschen, was soll ich sagen, überwältigend werden kann. Ähm, einen Astronauten und ein Attribut war stärker. Genau. Wir können den Astronauten jetzt verbessern. Zack. Und er hat jetzt irgendwas verbessert. Ich habe aber nicht so genau drauf geachtet. Baue einen Blaster, um dich zu verteidigen. Einmal Stahl und eine Energiezelle. Huch. Das machen wir doch glatt. Cool. Und dann haben wir den Blaster. Da kriegt natürlich der Astronaut. Es könnte sein, dass der sich gleich in eine andere Art von Astronaut verwandelt. So wie in Stacklands, ne? Wenn man denen ein Schwert in die Hand gegeben hat, wurden sie halt zum Schwertkämpfer. Ähm, und so weiter. Je nachdem, welche Waffe sie bekommen haben. Mal gucken. Ein Astronaut mit Blaster. Juhu. Bewaffneter Astronaut. Fühlst du dich schon sicherer? Ein bisschen. Ich mag das übrigens, dass die Drohne sich selbst bewegt. So ein bisschen wie die Hasen. Ach, das Stacklands, die immer so rumgeploppt sind. Gut. Jetzt können wir die Krust abbauen, sehe ich gerade. Oh, wir haben... Wow, okay. Oh, ich verstehe. Ich wollte gerade sagen, warum kriegen wir ständig Karten? Wir sind im Weltall. Das ist quasi, als würden Asteroiden auf dem Ding hier einschlagen. Und wir kriegen ab und zu mal neue Karten, weil Dinge auf unserem Planeten gelandet sind. Finde ich sehr nice. So, ganz kurz. Da stand doch... Drohne auf das Krustending. Ah, okay. Das kann sie auch abbauen. Was haben wir denn da? Regulit. Fossiler Regulit, die Hauptquelle für Nanocarbon. Kann Spuren von... Ich habe keine Ahnung. Helium oder so. Drei enthalten. Und ein Erzvorkommen, da können wir sicherlich nochmal abbauen. Ich frage mich gerade nur, ob wir Nahrung für den Soldaten... Für den Soldaten, für den Astronauten brauchen. Ihr könnt es mir irgendwie vorstellen. So, die Drohne baut ab. Er baut ab. Sehr schön. Hier ist noch mehr Regulit. Bisschen Biomasse haben wir noch. Die können wir bestimmt auch zusammenstecken. Ich habe nur Angst, dass sie irgendwann zu irgendwas Neuem werden. Genauso wie vorhin mit dieser Multizelle, die ich eigentlich gar nicht bauen wollte. Aber so ist es nun mal passiert. Gut. Neues Boosterpack. Wow, okay, okay, okay. Nanocarbon. Yay! Sehr gut. Das kann die Drohne auch abbauen. Hier ist noch mehr Regulit. Und ein bisschen Helium. Sehr schön. Dann lasse ich sie nochmal ein bisschen weiterarbeiten. Wir haben... Ich gucke ganz kurz. Wir haben noch Energie. Wir haben Credits. Wir haben noch nicht das Kartenlimit erreicht. Das ist, glaube ich, ähnlich wie ein Stacklands. Ähm, dass man zum Ende des Tages das Kartenlimit nicht überschreiten darf. Sonst muss man wahrscheinlich welche abdrücken. Das ist nicht so cool. So. Juhu. Stahl und Stahl. Oh, die holen aber ordentlich was raus. Nicht schlecht. Cool, cool, cool. Ich merke schon, das hat wirklich exakt die Stacklands Vibes. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir das Kartenlimit erreicht. Wir bauen uns mal schnell eine Kiste mit Stahl, Carbon und einem Astronaut. Oder einer Drohne. Ich mag das, dass die Drohne unsere Sachen auch bauen kann. Sehr cool. Aber ich weiß nicht, ob sie das so schnell fertig kriegt. Nein. Mist. Ende des Sol 1. Zeit zum Aufladen. Raumanzüge, Drohnen und Roboter aufladen. Aha, die Multizelle ist also das, was sonst die Nahrung ist. Alles klar. Und wir müssen eine Karte verkaufen. Ja, was verkaufen wir denn mal? Hier, einmal Plastal. Cool. Das ist okay. Also, ne, wenn man am Anfang zu viele Karten hat. Das ist doof, aber es gibt Schlimmeres. So, können die auch Biomasse abbauen? Fester Brocken eines biologischen Materials. Könnte sein, dass das einfach nur ein Rohstoff ist. Könnte auch sein, dass die das noch abbauen können. Nicht. So, kriegen so viele Booster Packs. Ich habe noch nicht eins gekauft. Was zum Teufel. Ich glaube, wir kriegen die immer als Belohnung für, ne, wenn wir die Quests gemacht haben. Eine Lagerkiste. Yay. Und wir können plötzlich 26 Karten haben. Ich glaube, ich mache direkt noch eine. Aber wir haben kein Carbon. Das ist nicht so gut. Müssen wir erst mal warten. So, der Astronaut ist noch ein bisschen besser geworden vorhin. Ähm. Was machen wir denn mal? Wir können ein bisschen Stahl verkaufen. So, jetzt haben wir elf. Davon könnten wir uns Let's Mine holen. Oder Forschung und Essen. Äh, Forschung. Wunschdenken. Forschung und Design. Ich habe keine Ahnung, warum ich da Essen gelesen habe. So, eine Energiezelle ist mit Stahl und Helium. Die können hier drüben bleiben. Das baut gerade noch ab. Ich würde sagen, wir machen einmal Let's Mine. Plücken. Da können wir nämlich ein bisschen... Oh, wow. Okay. Helium. Krustenbrocken. Ich finde immer noch, das klingt super eklig. Und weiter geht's. Wir brauchen dringend noch eine neue Kiste. Würde ich sagen. Ähm. Die Karten. Wo haben wir die denn? Die müssen eigentlich schon alle hier sein, die wir schon einmal bekommen haben. Aber das sind eigentlich mehr, als wir schon hatten, ne? Warte kurz. Das sind die Ideen. Das sind die Karten. Theoretisch alle Karten. Wir haben 32 gefunden. Ach nee, das sind sie schon alle. Lagerkiste. Können wir die jetzt nicht nochmal anklicken? Bei Stacklands konnte ich mir immer nochmal zeigen lassen, woraus ich die craften muss. Das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Habe ich mir ja nicht gemerkt. Äh. Vielleicht steht das hier irgendwo. Da ist die Lagerkiste. Tatsache. Nanocarbon. Okay, darauf müssen wir warten. Das ist okay. Ui. Das geht schnell. So, reguliert. Da unten. Das bleibt hier oben. Das Erzvorkommen auch. Das müssen wir noch abbauen. Energiezellen sind, glaube ich, vier. Bilden eine Multizelle. Spart natürlich ein bisschen Karten ein. Wir sind schon wieder bei 26, Gottes Willen. Das geht echt schnell. So. Noch mehr Stahl. Da, einmal da. So. Mensch. Mhm, mhm, mhm. Uh. Piu, piu. Mitoidenschauer. Ich finde das so eine coole Idee, dass einfach Karten hier einschlagen. Also, ne? Dass die einfach so einschlagen und dann Dinge hier bleiben. So ein bisschen wie in, ähm, wie heißt es nochmal? Äh, Planet Crafter. Sehr gut. Gefällt mir. So, das beides muss, glaube ich, verarbeitet werden. Das muss abgesammelt werden, abgesammelt werden. Das hier unten sind alles Materialien. Ach, ne, das können wir auch... Oh Gott, das können wir auch noch absammeln. Habe ich mir den leichten Start gemacht? Nee, ne? Kommt mir gerade so vor. Äh, so. Das kann alles mal da hin. So. Kartenlimit. Ja. Ich, äh, ich bin dabei. Das hier müssen wir bauen. Multizelle. Sehr gut. Stahl. Gott, wie viel Stahl. Noch mehr Stahl. Noch mehr Stahl. So, du kannst mal eine Kiste bauen. Ähm. Wir müssen nur ein paar verkaufen. So. Das wird sonst nichts. Trotz Kiste wird das sonst zu knapp. So, kurze Hustenpause. Genau, trotz Kiste wird das sonst zu knapp. Wir könnten uns gleich mal hier so ein Forschung und Design holen. Aber ich warte lieber den Tag ab, damit wir mit den Karten nicht noch mehr in die Enge kommen. So, du kannst... Theoretisch haben wir jetzt zwei Lagerkisten. Das heißt, wir können 30 Karten haben. Das heißt, wir haben immer noch zu viel. Machen wir gleich noch eine. Machen wir gleich noch eine. So, du kannst mal daran arbeiten. So. In der Lagerkiste. Man merkt schon, langsam wird das Ganze ein bisschen größer. Weil je mehr Platz wir potenziell haben, desto mehr verschiedene Karten erarbeiten wir uns wahrscheinlich auch. Zeit zum Aufladen. So. Wir müssen mehr Multizellen machen, glaube ich. So. Und ein neuer Tag beginnt. Kaufe den Forschungs- und Designbooster. Das machen wir. Oh, ein Riesenbakterium. Oh no. Einen Dringling entdeckt. Mach dich bereit, dich zu verteidigen. Autsch. Finde ich gut, dass da gleich Autsch steht. So. Ich lasse den beiden mal ein bisschen Platz. Okay. Oh, das ging schnell. Ich wollte gerade noch pausieren. Und da war es schon vorbei. Wir haben Crads bekommen. Biomasse bekommen. Und ein neues Boosterpack, weil wir uns verteidigt haben. Und mehr Nanocarbon. Sehr schön. So. Ich wollte eigentlich gerade kurz gucken, wie der Kampf hier funktioniert. Ich habe den Astronauten einfach auf das fremde Wesen gezogen. Und dann haben sie schon angefangen zu kämpfen. Das ist sehr gut. Ist mir recht. Ähm. Okay. Das ist hier trotzdem ein bisschen anders. Entstaple deine gestapelten Einheiten. Ziehe dann deine Nahkampfeinheiten neben die gegnerischen Einheiten. Staple sie nicht. Und halte deine Fernkampfeinheiten von den gegnerischen Einheiten fern. Spannend. Okay. Den Astronauten habe ich gerade direkt daneben gesetzt. Das müsste eigentlich das gewesen sein. So, der Astronaut. Geht's ihm gut? HP 8 von 8. Okay. Er hat noch nicht mal was abbekommen. Das finde ich gut. So, wir machen einmal kurz zwei Lagerkisten, denn man kann nie genug Platz für Karten haben. Wir brauchen noch ein bisschen Energie, bis der Tag rum ist. Da ich die ganzen Rezepte noch nicht so auswendig kann, muss ich hier ab und zu nochmal, äh, ne? Wo ist es denn? Gesundheit. So, Energiezelle. Stahl und Helium. Wir haben zu wenig Helium. So, da haben wir schon wieder was Neues gemacht, nämlich dieses Regolith, äh, mal genauer untersuchen. Oh, wir haben auch noch Robotik, haben wir bekommen. Sehr schön. Ich kann nicht mehr sprechen. So. Erstmal den Booster auspacken. Neue Energiezelle. Super. Also man merkt schon, ne? Man kommt in das Spiel genauso leicht rein. Genauso leicht rein. Genauso recht klein. Äh, wie in Stacklands. Es ist sich ähnlich genug, dass man, wenn man das eine kann, kann man das andere. So, ne? Ganz intuitiv, ähm, findet man sich hier gut zurecht. Was mir gut gefällt. Wie gesagt, es macht nach einer Weile sehr süchtig. Das müssen wir uns auch gleich kaufen. Wir wollten Forschungs- und Design einmal kaufen. Forschung und Design, so rum. Oh, wow. So, was haben wir denn da? Eine Drohne. Die müssen bestimmt, ganz kurz, der Astronaut muss das wahrscheinlich kurz lernen, oder? Oder reicht es, dass ich mir die jetzt einmal angeguckt habe? Hm. Ich gucke mal kurz. Ideen. Äh. Ideen gefunden. Haben wir hier. Energiezelle. Sonatzelle. Temporäre Klicks übrig. Hm. Fließbandfertigung. Du, 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 du. Ich bin mir nicht sicher, was wir mit denen machen sollen. Ich hätte gedacht, wir müssen die einmal auch kombinieren, dass er die lernt. Aber scheinbar nicht. Vielleicht können wir sie auch noch verkaufen. Ich gucke gleich mal. Wir haben ein bisschen Biomasse. Ein bisschen Carbon. Hier ist schon wieder ein Booster aufgetaucht. Mein Herr, das geht echt schnell. Äh, wir brauchen Helium. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Energie. Ja. Okay. Warum auch immer. Das Spiel, der selber die Ideen verkauft. Vielleicht tun sie das einfach nach einer Weile automatisch, damit man keine überflüssigen Karten hat. Ich habe das jetzt so verstanden, dass wir die Ideen einfach wissen, sobald sie da liegen. Sobald wir sie quasi gefunden haben. Ich meine, so war das in Stacklands auch. Wir schauen mal. Solarzelle, zweimal Stahl und einmal Nanocarbon und einen Astronaut oder eine Drohne. Das kriegen wir hin. Du darfst. Zack. Also bisher läuft es gut, ne? Geht echt leicht von der Hand. Ist nicht ganz so wuselig, wie Stacklands, sobald man ein paar Tiere hat. Allerdings, ja, dieser Meteoritenschauer, der bringt mir immer meine schöne Ordnung durcheinander. Es ist immer so ein bisschen, so ein bisschen, ich habe es ja alles gerne gut sortiert, ne? Versteht man vielleicht. Ach, wie viel Steigen haben. So, was wollte ich noch? Ähm, Erzvorkommen können wir immer abbauen. Hm, da ist der Stahl drin. Ach nee, hier kann Helium drin sein. Dann machen wir lieber davon. Wir müssen nämlich noch ein bisschen Energiezellen machen. Wir müssen noch einen bestimmten 이상igen, ja. Wir müssen noch ein bisschen mehr zu machen. Wir müssen noch ein bisschen mehr, aber wir müssen ja auch viel mehr zumengageen. Vielen Dank.